So, der heutige Female Say Success Quick Win ist, kenne die erste Minute deiner Präsentation in- und auswendig. Warum ist das so wichtig oder warum hat mir das schon so oft geholfen? Also erstens, wenn ich die erste Minute der Präsentation in- und auswendig kann, dann habe ich schon mal einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Weil das kann ich noch beeinflussen, einfach wie der erste Eindruck ist. Daher habe die erste Minute deiner Agenda in- und auswendig in deinem Kopf und übe sie und gehe sie auch durch. Und jetzt werden einige von euch wahrscheinlich sagen, die Agenda, die bin ich schon so oft durchgegangen und die kenne ich. Habe ich auch schon sehr oft gedacht, weil ich habe die Agenda natürlich immer wieder von Kunde zu Kunde auch angepasst, mit einem Punkt mehr, mit zwei Punkten mehr, vielleicht habe ich mal was verschoben. Aber ich habe dann immer gedacht, okay, ich kann die Agenda, ich weiß um was es geht, weil ich die Themen kenne. Und auf dem Termin stelle ich dann doch hin und wieder fest, aus Sicherheitsgründen, vielleicht weil ich dann doch ein Tick nervös bin, drehe ich mich nochmal um, um einfach für mich die Bestätigung zu haben, dass ich auch über den richtigen Punkt in der richtigen Reihenfolge rede. Und wie gesagt, es ist ein großer, großer Mehrwert, wenn du die Agenda wirklich auswendig kannst und wenn du einfach weißt, was du in der ersten Minute deiner Präsentation sagst. Och ich versuche es, es ist ein großer, dismantleer Trä� post,